SMS werden nicht in Android gesendet? Mach das! Hallo meine lieben Freunde, wie geht es Ihnen heute mit einem neuen und wichtigen Video, bei dem es sich um Textnachrichten handelt, die nicht auf Android gesendet werden? Mach das! Ich hoffe, es gefällt dir, aber bevor du es dir ansiehst, abonniere den Kanal, um alles neue zu erhalten, und jetzt lass uns der Erklärung folgen. Sie haben versucht, eine Übertragungsanfrage oder vielleicht eine Erinnerung an einen Freund zu senden, der nicht auf WhatsApp oder ähnlichem online ist, aber es ist fehlgeschlagen. Textnachrichten auf Android-Smartphones sind ein wesentliches Feature und etwas, das auch nach dem Aufkommen von WhatsApp und vielen anderen Apps im Laufe der Jahre nicht vollständig abgeschafft wurde. Also, was könnte der Grund sein? Warum sendet ihr Android-Telefon keine Textnachrichten? Hier sind einige mögliche Antworten und Fehlerbehebungen, auf die Sie sich beziehen sollten. 1. Starten Sie das Telefon neu Das Erste, was Sie in diesem Szenario tun werden, ist, das Telefon neu zu starten. Es stellt sich heraus, dass ein Neustart des Telefons mehr Wunder bei der Behebung von Software- und Netzwerkproblemen bewirken kann, als Sie sich vorstellen können. Ein kurzer Neustart schadet also niemandem. 2. Überprüfen Sie, ob Sie die SIM-Karte richtig eingelegt haben. Ihre SIM-Karte ist im Grunde ein integrierter Schaltkreis, der Ihnen den einfachen Zugriff auf Mobilfunkdienste ermöglicht. Wenn es nicht korrekt eingegeben wird, sehen Sie Fehler wie keine SIM-Karte erkannt, kein Mobilfunknetz und so weiter. Wenn Sie Ihre SIM-Karte kürzlich aus irgendeinem Grund entfernt haben, müssen Sie sie falsch eingelegt haben, weshalb sie kein Netzwerk hat. Verwenden Sie einfach das SIM-Auswurfwerkzeug und öffnen Sie das SIM-Kartenfach. Entfernen Sie die SIM-Karte vorsichtig und ordnungsgemäß. Geben Sie es erneut ein und prüfen Sie, ob das Netzwerk wiederhergestellt ist oder nicht. 3. Überprüfen Sie das Mobilfunknetz. Android-Textnachrichten werden nicht gesendet. Ich habe überprüft, dass es kein Problem mit der SIM-Karte gibt und dass sie falsch eingelegt ist. Als nächstes müssen Sie überprüfen, ob Sie ein Mobilfunknetz haben. Wenn Sie eine Textnachricht senden, benötigen Sie ein Mobilfunknetz, um sie zu senden. Sie können keine SMS über LAN senden, das ist also das Problem. Schauen Sie sich die Stärke des Netzwerks an und versuchen Sie, ein paar Balken zu bekommen, wenn Sie unten baumeln, und versuchen Sie, die Nachricht erneut zu senden. Dies sollte jetzt funktionieren, es sei denn, etwas anderes ist falsch. 4. Überprüfen Sie, ob Ihr Plan ausgehende Nachrichten enthält. Dies ist sehr wichtig zu beachten. Der erste Scan hat ergeben, dass Sie die SIM-Karte richtig eingelegt haben, ein Mobilfunknetz vorhanden ist und bei aktivierter Full-Force-Funktion keine SMS senden kann. Netzbetreiber haben Pläne eingeführt, um das Kontingent für täglich eingehende Daten, Sprachminuten und mehr zu erhöhen. Einige Pläne haben jedoch keine ausgehenden Nachrichten. Wenn Sie ein Prepaid-Kunde sind, müssen Sie die erwähnte Mindestaufladung durchführen, um SMS senden zu können. Wenn Sie ein Postpaid-Kunde sind, überprüfen Sie, ob Ihr Plan ausgehende Nachrichten enthält. Es ist möglich, dass Sie das Gesamtlimit für ausgehende Nachrichten überschritten haben. In diesem Fall benötigen Sie ein Add-on. Alle Informationen sollten auf der Website oder App Ihres Mobilfunkanbieters verfügbar sein, oder Sie können sich für eine schnelle Lösung an einen Kundenbetreuer wenden. 5. Erzwingen Sie das Stoppen der Nachrichten-App Wenn Sie die Nachrichten-App auf Drück-Aller oder einer anderen Offline-Messaging-App verwenden, aber Textnachrichten keine Verstöße senden, versuchen Sie, das Beenden einer App zu erzwingen. Hier ist keine Raketenwissenschaft im Spiel. Drücken Sie lange auf die Nachrichten-App. Drücken Sie die Taste vor Stop und es ist fertig. 6. App-Cache löschen Android-Text-Nachrichten werden nicht gesendet Wie jede andere App sammelt die Nachrichten-App auf Ihrem Telefon temporäre Cache-Dateien. Obwohl diese Dateien überschrieben werden, kann dies manchmal zu Anwendungsleistungsproblemen führen. Daher kann das Lehren des Caches der App helfen, den Tag zu retten. So können Sie das tun. Drücken Sie zuerst lange auf die Nachrichten-App und gehen Sie zu App-Info. Gehen Sie dann zum Speicher. Tippen Sie auf Cache-Lehren und Daten löschen und fertig. Und am Ende des Videos danke ich Ihnen fürs Zuschauen und wir sehen uns in einem neuen Video.